Ein weiterer Meilenstein in der extrem erfolgreichen Geschichte unseres Unternehmens. Der Protos-Integral hat sich in einigen Branchen, wie zum Beispiel im Forst, schon mehr als etabliert. Wir sind sehr stolz darauf, dass der Protos-Integral nicht nur neue Länder erobert, sondern stets auch in neuen Branchen und Einsatzgebieten Anwendung findet. Heute berichte ich über die erste Lieferung von 1650 Protoseinheiten an einen Feuerwehrdistrikt in Südkorea, welcher gerade in diesem Moment verladen wird. Nach Holland und Brasilien kommt somit der Protos-Integral auch bei den technischen Rettungseinsätzen der Feuerwehr in Südkorea zum Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017